...zu nehmen. Dort, wo sie gerne reinspielen möchten. Schlussphase, aber er hatte etwas mehr Zeit zum Regenerieren. Da ist es hier an den Eisernen gelegen, von Beginn an zu versuchen. Vorsicht, Gleisner gegen Nazarov. In der Mitte wartet schon Köpken. Da ist Köpken. Er hat einen Lapsus erlauben, so wie Leisner hier. Und der ist ebenso wie Schönheim nicht der Beste. Nazarov. ...eigenen Abwehrkette. Im Sprintduell können sie eine sehr homogenen Vorgehensweise machen. Das ist durchaus so im Skript hinterlegt. Leisner lässt das Bein, oder Skripski, die da sich in ihrer Nähe befinden. Wischte da Schönheim. ...sehr weit nach hinten, auf der rechten Seite. Nazarov, wo geht Bertram hin? Nazarov macht's alleine. ...Mittelfeld war, die Situation war eigentlich beruhigt, Tiffer da. Tiffer ist ein Assistent, den eigenen Spielern die Anweisung gegeben, sich hier falten. Nazarov, Tiffer trinkt wieder rechts außen. Macht jetzt den Platz frei. Hinten stehen sie, Mann gegen Mann, Nazarov. ...einen vielversprechenden Angriff zu stoppen. Nazarov. Ein geniales Zuspiel, Herdner. Nazarov. Ja, sie haben eine Lösung. Kompliment an die Wucht von Bertram. ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.